Schönen guten Morgen aus Lermos. Jetzt geht es zum ersten Mal VIP-Guided mit nur drei Personen, die via Claudia Quattro von Heiterwang, jetzt in Lermos, bis Putzen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Spaß mit dem Video. Das ist meine Gruppe. Jetzt geht es in den ersten Anstieg hinein. Gesichter des Todes Teil 3. Bist gleich da. Ja, beißen, 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 fahr zum Radl, sauber. Geht jetzt via Claudia Quattro speziell weiter. Auf speziellen Wegen, oder? Michael, gehen wir auf spezielle Wege? Leopold, das ist cool, oder? Ihr habt mein ein paar Glückshormone. Kurz Pause. Wie geht es euch bis jetzt? Ja, gut. Wir müssen uns ein Meter, wenn euch der Schirm müssen. Mit dem Skiverständen. Ja, Polli, alles durchgefahren, sauber. Michael, gut, oder? Das ist der Wider hat am Unterpass. Da fahren wir nicht runter. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Noch nicht ganz, aber da hinten ist der Reschensee und der Müller die Quelle. von der Edge. Und dann geht die Edge Quelle in den Fluss und dann geht es bis zum Garasi. Und hier kommt unser... San Italiener! So, das ist der Pati, der macht die Shuttle vor. Das ist der wichtigste Mann eigentlich. Willst du filmen? Ja, sicher. Fünftlichkeit, oder? Fünftlichkeit, oder? Fünftlichkeit. Auf, zu, bleibt ja nicht. Schau mal auf die Dings. Es ist genau 10. Auf geht's in den Süden. Guten Morgen! Jetzt ist es vorbei. Und, wie war die Führung? Ich glaube, du hast uns eingesperrt. War die Führung gut? Ja, passt schon, oder? Und, wie gefällt dir der Trail jetzt so? Der Weiler mal? Das ist die beste Warte, die wir treffen haben können. Dankeschön! Schau die Wütze an, da hörst du! Bist du Tepp oder gehst du runter? Hey, Michi, das darfst du schon nicht? Ach so? Hab ich gar nicht gesehen jetzt. Ich bin noch einmal nicht groß. Da hat auch gerade die Hupi-Pi. Bevor muss man einen Fahrtechnikus machen. Bevor man die Reise antritt. Wenn's ungewiss hat, dann passt das. Tschüss dabei! Und der Herr Appel will auch heute ein bisschen Runden zahlen, weil er uns da durchgejagt hat. Beim Christian, ja, in Moos bekommen die Herrschaften heute was ganzes Gutes. Das heißt... Bier! Ja, ein Lakrit-Schnaps. Ein schwarzer Schnaps von Christian Spezial. Anschluss das Video. Tum 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 T Untertitelung des ZDF, 2020